München ist die drittgrößte Stadt in Deutschland München ist die drittgrößte Stadt in Deutschland Münich Almanya'nın önemli üretim merkezlerinden biri München ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte Deutschlands München ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte Deutschlands Wir sind für einen Tag nach München gekommen Wir sind für einen Tag nach München gekommen Wir sind in das historische Stadtzentrum gegangen Wir sind in das historische Stadtzentrum gegangen Wir sind in das historische Stadtzentrum der Stadt für euch aufnehmen Wir wollten das historische Zentrum der Stadt für euch aufnehmen Wir sind in das historische Stadtzentrum Wir sind in den Morgenstunden hier angekommen Wir sind in den Morgenstunden hier angekommen Wir sind in den Morgenstunden hier angekommen In München wurden wir vom Regen empfangen Untertitelung des ZDF, 2020 Der Regen, der am Morgen begann, dauerte bis in den Abend. Es ist unmöglich, die ganze Stadt an einem Tag zu besichtigen. Es ist unmöglich, die ganze Stadt an einem Tag zu besichtigen. Danke. Danke. München ist eine Stadt, die durch ihre Universitäten berühmt ist. München ist eine Stadt, die durch ihre Universitäten berühmt ist. München ist eine Stadt, die durch ihre Universitäten berühmt ist. Bayern München ist ein wichtiger Fußballverein in Europa. Bayern München ist ein wichtiger Fußballverein in Europa. Das ist das Fanclub-Geschäft. Dies ist das Fanclub-Geschäft. München ist einiger solerinnon. München und München München, wir verlassen München bis zum nächsten Wiedersehen München bis zum nächsten Wiedersehen Vielen Dank. Vielen Dank.